Ja, einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder eine wunderschöne gute Nacht und ein recht herzliches Willkommen zu Shellshock. Ja, hi! Wir haben Donnerstag, wir wollen aufnehmen, wir haben aber keinen Bock, irgendwas zu spielen, also spielen wir nur eine Shellshock. Wir haben keinen Bock, was zu spielen, also spielen wir was, genau. Genau, nein, wir wussten einfach nicht, was spielen wir denn, was machen wir denn? Irgendwie, wir haben so viele Folgen schon im Vorlauf. Ach, scheiß auf, spielen wir auch Shellshock. Ja, ich möchte kurz anmerken, wir haben heute den 31.03. und wir haben Folgen bis Mitte Mai. Ja, von dem her, willkommen zu Shellshock. Ich werde eh wieder verlieren, weil ich treffe eh nichts. Und der Andreas ist auch da. Hallo. Ihr habt jetzt keine Kamera, ja, das ist ein bisschen unfair, weil wir haben uns hier gegenseitig mit Kamera, weil Shellshock ist ein bisschen komisch. Das Witzige ist, er hat in die Kamera gewinkt. Ich mache das auch ständig. Ich mache das aber auch ständig, obwohl man mich nicht sieht. So, wer ist denn eigentlich? Ach, da ist der Juggernaut. Na bitte. Da bin ich ja drin. Ja, also wir spielen heute eine gewisse Szenerie aus der europäischen Historie nach. Oh, 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 oh. Mal gucken, wer gewinnt. Der hat Ketten geskillt, die Sau. Ja, natürlich. So wie sich das gehört. Der Arsch. Hoch. Das war eigentlich alles eine ziemlich dumme Idee. Können wir uns wieder nicht entscheiden, ja, wo wir hinwollen? Ja. Oh, aber der war schön. Und es hat Blub gemacht. Oh, und die Waffe mag ich auch. Ich binicke. Hihi. Oh, ich hätte es gedacht, die bleibt jetzt im Ring hängen, ne? Ne, ne, bei den Drohnen passiert das nicht. Die können auch einfach irgendwie durch den Boden schießen. Ah. Ja, Kinders, erzählt mal was. Was gibt es denn so schönes, interessantes, neues? Wir haben uns jetzt eine Woche lang nicht gesehen. Das ist, äh, puh. Also, ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter ist, aber bei uns ist es heute endlich mal recht schön regnerisch, angenehm, kühl. Ich finde das toll. Es gab Gegene in Deutschland, da hat es geschneit. Ja, das ist richtig. Das wäre auch toll. Ja. Oh, der trifft. Oh, cool. Ah, Zahnrad. Ja, aber sehr musikalisch. Warte. Dieses Spiel ist einfach so ultra laut immer, ne? Nö, geht. Ich glaube, ich muss das heute mal... Oh. Oh. Egal. Ähm. Ich bin weg. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich bin weg. Daneben. Oh. Ähm. Mhm. Danke, danke. Ich, äh, danke. Da pick der da anders wieder. Es regnet schon wieder. Was habt ihr für Wetter gehabt? Du, es hat ein bisschen geregnet. War das nicht sogar schon Hagel? Nein, das war Regen. Tatsächlich. Okay. So. Ja, genau, genau. Geh auf die andere Seite. Ja, brav. Pack dein Rohr aus meiner Richtung. Das ist sehr schön. Ähm. Entschuldigung. Entschuldigung. Ups. Jedes Mal, ne? Die Waffe macht mir fertig. Was? Was hat er gesagt? So. Ich finde diese Mühe toll. Na, trifft der? Ja, wunderbar. Schön. Dann mache ich das halt so. Ah, okay. Nein. Ahaha. Ja, genau. So mag ich das. Ja, ähm. Ich mag die Waffe eigentlich nicht. Egal. Ja, verstehe ich. So, was habe ich Schönes? Ah ja, kann man machen. Wir haben ja auch immer nur eine Waffe. Ich bin jetzt übelst heute im Doof-Modus. Das ist anders als sonst? Nee, eigentlich wie immer. Also siehste. Also, warum eigentlich, ne? Ja, ich weiß nicht, warum du das jetzt explizit erwähnt hast. Oh. Au. Noch ein bisschen. Jan, hast du Kett nicht geskillt? Ach du. Wegen dem Paket. Oh, bin doof. Ah. Okay. Also doch alles, ja. Es ist in Ordnung. Ja, nee. Wirklich jetzt Spiel? Ja. Spiel mag dich nicht. Ist okay. Wie sagt du? Ich werde sonst schon immer so bevorzugt behandelt von dem Spiel. Das ist in Ordnung. Gut. Prösterchen. Oh ja, darauf erst mal ein Tänchen, ne? Oh, ich habe gar nichts da. Oh, das ist aber frech. Sehr schlecht. Ja, die Waffe hasse ich übrigens auch. Was trinkt man denn da, wo du so lebst? Hauptsächlich Flüssiges. Vor allen Dingen, weißt du, er tut jetzt so, als würdest du vom Mars kommen oder so. Was trinkt man denn da, wo du so herkommst? Ja, ich fliege dann demnächst übrigens zum Mars, Jan. Nur, dass du Bescheid weißt. Ja, okay. Alles klar. Läuft bei dir. Oh, der war schön. Oh, das ist nicht so schön. Also, ich finde das super. Ja, das glaube ich dir. Ja, äh, ach, weißt du, ich mache dann einfach mal, ähm. Ja. Okay. Ich, äh, overcharge mich mal. Das ist so richtig. Ich bin nicht geladen. Ich schaue mal, ob das jetzt passt, müsste, könnte. Naja, nicht so, nicht so richtig. War so ein bisschen super auf die Mal, ne? Mhm. Das geht besser. Das habe ich mit dir schon mal besser erlebt. Oh ja. Nein. Ah, doch, danke. Ja, hol mich mal da, hol mich mal da raus. Ja, sicher. Er stopft ihr ins Le... Okay, lassen wir das. Ui, Zahnrad. Ich bin gerade froh, dass ich meine Kamera nicht für euch anhabe, liebe YouTube-Zuschauer. Ich glaube, ich hatte gerade eine leichte Gesichtsentgleisung. Was, warum? Ah, nur so, nur so. Ich bin wieder da. Ja, ich habe meinen Tiefpunkt überwunden. Was ist denn denn? Sehr gut. Huch! Äh. Ja, Mahlzeit. Oh, okay. Da war er ja kaputt. Upsi. Ja. Gut, hätten wir das auch nochmal geklärt? Oh, äh, dann machen wir doch gleich mal weiter hier. Warte, ich muss jetzt noch meine geabgeordnete Möwe. Ich habe jetzt eine... Mama Seagal? Doppelmöwe. Moppeldöwe. Okay. Wer da? Wer da? Da geht es immer durch mit mir, du. Oh. Hallo. Aha. Oh, das wird eine ganz fiese Runde für mich. Ich befürchte es. Ja. Schön. Ja, das geht schon mal gut los. Äh. Ja, machen wir das so. Machen wir das so. Machen wir das so. Und probieren wir mal, was passiert. Ach, das war dumm. Au. Oh. Nice. Hat er tatsächlich gecrittet. Au. Au, au. Ich habe nicht gecrittet. Das Spiel ist kaputt. Was? Ja. Das... Nein, 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 das geht. Nein, 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 das geht. Ja, das ist okay. Da kannst du... Sorry. Da bin ich, äh... Ups. Ach ja, leckst mich doch am Zückerli. So. Jetzt probieren wir das nochmal. Ach so, die ist schon wieder. Okay. Wow. Geh weg. Zahnrad, schön. Stromi, geh weg. Bloody ist der Juggernaut übrigens, ne? Die ist der Traitor. Mhm. Okay. Ja, ja, kann man machen. Äh... 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 Und Feuer. Oh ja. Aha. Ach, Spiel, ist das dein Ernst? Ja, prinzipiell, ja. Ja? Ja, 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 ja. Spiel sagt ja. Na gut. Ui. Plonk. Da, da, da. Was macht er? Was macht er? Was macht er? Hm? Jiii. Ah, schade. Ja, das ging ein bisschen daneben, sagt der Göl. Oh, fahm. Autsch. Es waren 40 Schaden, bitte dich. Autsch. Voll schön, Autsch. Diese Schmerzen. Ja, war klar, war klar. Hä? Ja, die Waffe, die macht halt einfach immer, was sie will. Ist ein bisschen random, oder? Jep. Oh, schön. Ah, nicht so schön. Ja, kritisch doch mal bei dir. Natürlich. Eigenkritisch. Das ist immer toll. Aha. Blümchen. Oh, diese schöne Blümchen. Habe ich dir eine Blümchen gebären? Ja. Du kleine Biene. Habe ich ein Blümchen für dich, du kleines Bienchen? Oh, ich... Oh, der war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Oh, 100. Nice. Kann man, kann man, kann man mal machen. Mag ich. Mag ich. Oh, schön. Mag ich nicht. Das tut mir aber leid. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Was? Uh. Kann ich nicht. Ich habe nur Ketten. Au. Was? Au. Der kann... Hast du 24? Ja, der kann eigentlich richtig Schaden machen. Ich weiß nicht, was das jetzt sollte. Ich bin gestört. Geh weg. Los. Warum? Naja, gut. Stirb, du Unhold. Nein, ich will nicht. Ich bin zu schön zum Sterben. Was? Ja, ich... Genau das, was ich gesagt habe. Hä? 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 Nee. Das geht schief. Ja. Sag ich doch. Gut. Ich treffe halt auf solche kurzen Entfernungen nichts. Das ist halt... Ich bin kaputt. Oh, doof. Oh, oh. Au. Au. Uh. Wow. Hat die bei eben mit 132 gecritzelt. Was ist denn da los? Ja, Mann. Ist normal, oder? Ich bin gleich relativ RIP. Und ich lebe noch. Und ich lebe immer noch. Das geht nicht. Oh doch, doch, doch. Das ist schon ganz gut. Ah, schade. Zu weit. Oh, der könnte noch treffen. Nee, der hat keine Lust. Ah, schade. Nein, 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 nein. Oh. Aber es sah schön aus. Oh ja. Ja. Schön war's. Nein, jetzt geh doch weg, Jan. Scheißendreck. Ja, nämlich. Ha. Ja. Ah, danke, Spiel. Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Ich bin jetzt gar nicht böse drum. Ja, ja, war mir klar. Nein, 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 du triffst nicht. Nein, 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 nein. Ja, Mann. Nein, 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 au. Mit Zahnrad. Au. Ja. Und tschüss. Tschüss, Jan. Ja. Bum. Ja, war dann wohl, äh. Ein relativ kurzes Ründchen. Ach, schön. Ja, machst du nix, ne? Ja, Mensch. Ich hätte dich zwar gerne noch gekrischt, aber naja, gut. Man kann nicht alles haben im Leben, ne? Weiter geht's hier, komm. Zack, 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 wir haben keine Zeit. Der Zuschauer will was sehen. Ruhe, ich glaube, Stormy hat schon Level Up. Ja, das ist. Ich, warte mal. Ich glaube. Es läuft noch durch. Okay. Wie wir beide einfach mal instant parallel zur Tasse greifen. Warum hat der Stormy eigentlich noch nicht bei uns in der, äh, in der, in der Gilde angeheuert? Weil nur du das machen kannst. Ach, wieso bin ich schon wieder in Jaggernaut? Wieso kann ich nicht weg? Hallo? Oh, ungünstig. Hat wohl einer Ketten nicht geskillt? Doch, er hat Ketten durchgeskillt im Gegensatz zu dir. So, der Schuss geht sowieso daneben. Ja. Oh, obwohl... Ah, 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 ah. Oh, wow. Oh, 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 oh. Jetzt fehl ich auf. Oh, 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 oh. Okay. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Gehst du weg, nimm dein Schwert aus meinem Gesicht. Schön. Ich komme auch mal ein bisschen näher. Ah, nicht zu viel. Au Hm, der hat wieder nicht gecrittet Dein Spät ist gebohrt Geh weg, geh weg Achso, okay Ich spreche mit dieser Waffe nie Nope Ey Erd ich so die Au Zu gut Ach, echt jetzt Spiel Okay, der ist gut Der ist gut Der, der macht, der macht Ja, der, der Ah Oh Au Au Oh, scheiße Der wäre gut gewesen Ich wollte es halt mal probieren Ui Kommt das Harnack wieder runtergeflogen? Was da gerade oben in dem Bildschirm verschollen ist? Nee, ich glaube nicht, dass das wieder kommt Das ist, glaube ich, bis zum Mars gegangen oder so Das gibt's nicht Ich hasse diese Waffe Das funktioniert nie so, wie ich mir das denke Das ist unfassbar Hat das gekitzelt, Jan? Hat das eigentlich gekitzelt? Also es hat eher bei Stormys Rohr so leicht an der Kuppe so ein bisschen geglüht Oh Ich hab Kurt, du bist vorbei gepfiffen und so Ja Äh Äh, bin ich doof Hat doch geschroffen Ah, schade, hätte besser sein können Ja, hätte, Panzerkette Das heißt auch schön Geh mir von meinem Hintern Geh von meinem Hintern weg mit deinem Rohr Hihihihi Wie er da einfach reinschießt, ja? Ja Bin zum Muster Also so out of context klingt das Ich muss das wie die FSK 18 machen Ja, wahrscheinlich Aber der Schaden war nicht schlecht Geh bitte weg Mindestabstand, Mindestabstand Du hast keine Maske auf Hier liegt auch kein Stroh rum Also warum soll ich eine Maske aufhaben? Uff Aber hier liegen Steine rum Ich dachte, das zählt vielleicht Ah Ja Geh weg Alter Verwalter Ich treffe mit der Wurst sowieso nicht Sagt die immer Ja Ich muss mal gucken Ob das trifft Pass auf, gleich kommt wieder Huch Damit hab ich ja gar nicht gerechnet Ich hab mich selbst getroffen Nein Ist das denn bitte Ist das ein Mega-Flummi oder was? Bouncepload heißt der auf Englisch Okay Au Ja Ist okay Au Ist ja Ist gut, ist gut Kann man machen Okay, ich glaub dir, dass du mit dem dich triffst Nein Nein Oh Gott Jetzt hab ich ein Problem Nee Hallo, hab ich jemals gegen dich gewonnen? Ja Ja Im direkten Zweikampf? Ja Angeschlagen? Ja Au Ja Ja, hast du Ich hab ja gestern den Videobeweis dafür gesehen Auf deinem Kanal Was? Ich hab einen Kanal? Werde Werde Ja Oh Knappter neben ist auch vorbei Ah doch Ja, war okay Kann man, kann man mal machen Uh Jetzt muss ich überlegen So Das könnte gut gehen Ach Quatsch, du bist Juggernaut Das weiß ich nicht, wie viel Schaden ich dann auf einmal mache Da, guck mal Nikis Ja sicher Achso, das war okay Wow Das war okay Wow Die ultimative Waffe Wow Ja, es ist ja So, hier, let's go Ah, ja, ja Viel zu nah Ah, nee Mhm Ich bin Juggernaut Wie viel Schaden mache ich? Gute Morgen Au So Au Ich bin dick Und ich hüpfe jetzt auf dir rum Ach, Herrgott Jan reicht, danke Keine Ahnung, ob der trifft Uh, der wird gut Der wird gut Weiß ich nicht Ich hab Ah, doch Uh Sag ich doch Hab ich War mir nicht sicher, ob der trifft Hab ich ja gar nicht mit gerechnet, ne? Ja, genau Genau, genau Schau mal Ja, was denn? Roa Roa, geh doch mal hoch hier Was? Hast du da etwa so Probleme mit? Bist du schon in dem Alter? Hä? Oh, aua Oh Hoppala Oh, der ist gemein Ich kämpfe Ich kämpfe, ich kämpfe hart Ja, 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 ja Nein, au Das war's Ich übrigens auch In der Panzerung Ah Au Au Was haben wir denn? Ja, wow Nein Au Also, dass ich mit der treffe War mir schon fast klar Nein Ja, auf Wiedersehen Ne, die fallen Die fallen daneben Wow Das ist nämlich das Gemeine an dem Scheißding Diese kleine Au Oh, klar, doch Gegrittet mit 80 Ich wehre mich Ich gebe nicht Au Okay, und tschüss Au Der war Der war gut Yes Sehr schön Verdienter Sieg Ich hab noch nie gegen dich gewonnen, ne? Doch, hast du So, aber weißt du was? Jetzt Jetzt fahre ich alle Geschütze auf Das heißt, du sagst, du fängst damit spielen Mhm Oder nimmst du jetzt das Lineal? Jetzt nehme ich's persönlich Und was machst du, wenn wir jetzt in einem Team sind? Verdammte Scheiße Jetzt? Okay, ich feiere das gerade ein bisschen Das will ich War schön Herrlich Wunderbar Ah, ja Ich glaube, so muss ich die Folge nennen Was machst du, wenn wir jetzt in einem Team sind? Bei mir wird's wahrscheinlich heißen Ich hab noch nie gegen dich gewonnen Ja, genau Niemals Achso, ich bin ja dran Ja, du bist dran Bei mir wird die Folge heißen Und ich war auch dabei Aber Bei mir kommt da nix Ja, das müssen wir mal ändern Fehler Nummer 1 Das müssen wir mal ändern Ah, mal schauen Also wir können dir da super Tipps geben Danke Wir haben da schon so 3, 4, 5 Erfahrungen gesammelt Die auch teilweise gegensätzlich waren Durchaus Was ich auch sehr extrem toll finde Dass man jeder so sich so ein bisschen ausprobiert Und auch seine Erfahrungen gemacht hat Absolut Was ich halt immer bei Bloody immer wieder schön finde Muss man ja auch mal ganz knallhart sagen Ähm Dass wir halt wirklich uns dann auch austauschen Na Oh ja Immer wenn mal einer irgendwie gemerkt hat Oh, das und das funktioniert ganz gut Oder da hab ich was Neues gelernt Dann stehen wir ja wirklich in sehr regem Austausch Dass wir unser Wissen auch immer schön miteinander Das scheiß Ding ist dies Und will mich das scheiß Tag mal verarschen Miteinander teilen, danke Oh Oh, oh Schade Okay, nice Also ich find das super Oh, ich meine Tabletten Jetzt kommt die Regierung gerade rein Brauchst du deine Tabletten Hallo Nadine Ja Ja, ja Tabletten Tabletten Ja Ja Ja, das gute Zeug Hallo Nadine Die hörte ich nicht Ja, du hättest das ja sagen können Die wollte mir Tabletten geben Ja Kann ich verstehen Oh, wie gut ich das verstehen kann Ach, was haben wir denn? Ich gehöre so Hallo Achso Sei da froh, dass ich mal so langsam wieder auf das Level komme, wie ich vor Corinna Dem Ereignis war Ja Da bin ich sehr stolz auf mich selber Ja Das war der Spalter Nein Ich weiß, dass man dachte, das war der, der so auseinander geht oben Achso Wenn er aufgetroffen ist Au Oh, wow Oh, der war erstaunlich gut Der war grande au Ein bisschen Ja, sicher Ah, der war er böse Ich wollte das Paket haben Ah, klar Äh, habe ich, äh Hä? Wieso habe ich so viele Waffen zur Auswahl? Ich habe doch gerade gesagt, jetzt fahre ich die schweren Geschütze auf Achso Ich habe das eine Waffe rausgenommen Ah, das muss man auch mal wissen Oh nein, ich dachte, ihr hättet das gesehen Oh, oh nein Ich denke gerade so Hä? Wieso sehe ich die nächste Waffe schon? Was? Okay Ja, wenn das so ist Wow Ich bin überwältigt Vier Schaden Also die Waffe ist, äh Puh Hollamarese Wood Ferry, ne? Sah schön aus Was nehme ich denn? Kennst du eigentlich, ähm Alle Namen von bekannten Waldfeeen? Ja, Holla Genau Ja, stimmt Oh, der war gut Stopp, der auch Holla ist ja gut fertig Kennst du Ähm Ja Äh, ja Ich bin überwältigt von der Auswahl Warte mal Das ist ja gar nicht mehr gewohnt Ne Ich auch, echt Oh, die trifft dich selber, oder? Ne Hat der ein Glück Sehr gut Wow, sechs Schaden gleich Uh Ist nicht aber nice So, jetzt dürfen wir gespannt sein Ob der trifft Uh, das wird knapp Au Ja gut, er hat getroffen Er hat getroffen Also muss man sagen Er hat definitiv getroffen Oh, schön Oh, guck mal an Guter Schuss Kling Oh 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 Oh, ist das bitter Ja Ja Ach ja Ich leide mit dir So ein bisschen Danke Aber nur ein bisschen Ist in Ordnung Mhm Der hat mir gefallen 94 Ja Dann nehme ich dich Bumm Da war es vorbei Oh je Vorbei, vorbei Ja, so ihr Lieben Dann würde ich doch glatt sagen Verabschieden wir uns Einfach mal an der Stelle Jetzt haben wir ja schon Bald die halbe Stunde rum Ich glaube, das ist genug Shellshock für eine Folge Ja, das ist okay Ich glaube, das kann man Das kann man den Leuten zumuten, oder? Ja, vielleicht Bestimmt Das müssen die Leute entscheiden Ha Ja Dann sage ich auch mal Vielen lieben Dank fürs Zuschauen Äh, dass ihr uns wieder ertragen habt Und äh Immer dran denken Zielen Und treffen In diesem Sinne Tschüüüüü Ciao Ab Wiedersehen Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü